Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei AtelierRiser 2. Ähm, wir haben das letzte Mal ja die Claudia und den Clifford dazu bekommen. Ähm, dann habe ich erst Schiss gehabt, dass meine, wenn irgendwo mit in der Aufnahme ich mal aus dem Mikro ausgestellt habe, weil ich was getrunken habe. Während einer Laberrunde. Ähm, hat sich Gott sei Dank als Falscher ausgestellt, also es ist überall aufgenommen. Ähm, und ich habe gemerkt, dass denn jede Waffen für den Arsch sind. Ich habe jetzt schon mal eine für die Claudia gemacht, weil ihr mir gedacht habt, damit ihr da nicht ständig mit Alchemie rumhauen müsst. Ähm, die ist so ein bisschen arch hoch geworden, 51 und ich, ich sag mal so, die anderen, ich meine der einzige, wo mehr hat, ist er, wir haben sie noch nicht mehr enhanced, ne, also beim Schmied waren wir noch nicht. Jetzt ist mir aber das Arcanid ausgegangen. Das heißt, wir gehen jetzt kurz mal sammeln. In den Maidens Catacombs. Ich muss bloß wieder rausfinden, wo das war. Ich wollte mich als schönes Mal sehen, dass ich es war. Warte mal, habe ich so ein Bomberat eigentlich schon gemacht? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich Arcanid herbekomme. Oh, wer finde ich das da? Amatid oder Pendertid? Äh, okay, das war jetzt nicht so geplant, aber. Alter. Warte mal, was hab ich da bekommen? War das Arkenhit? Basket? Nee, es war alles Eroded Stone. Nee. Ist da hinten zufällig? Ist doch von dem Zeug, oder? Wie war es bei der Rüste? Warte mal, nur mal schauen. Guide. Items. Search Category. Ja, super, ich würd ganz oben bleiben können, da war es nämlich schon. Stone. Arkenhit. Was soll ich auf Return of Maiden's Ketter kommen? Ist eigentlich überall, ne? Heeeeh... Category. Oh, da ist es Stone. Crumble. Man kann es aufheben. Material. Synthesive Material. Okay, es ist was, was man aufhebt. Ja, das ist schon. Ich bin jetzt aufheben. Dich bin jetzt. Ich bin jetzt aufheben. Okay. Es ist das, das ist das. Das ist das. Es ist das. Vielen Dank! Oh, was ich denn hier war die Faerie Stones? Okay! Geil! Rusted sword Go into battle and win! 15 stück, ja, super Ist das nur die Sandzone? Oh mein Wir gehen mal ins oberste Ding Garden of Reintornation Ich hab keine Ahnung mehr Wo ich die Heavy kommen hab Was tust du? Ashen Sand Hmm Da ist es! Aknecht 4 Der Staat Woher ist es? Wir gehen hier an! Ich mach jetzt einfach 2-3 Mal und dann passt es Ich sag doch eigentlich Das müsste ja eigentlich wieder auftauchen, oder? Sobald ich mich weggeportet hab Hoffe ich mal Ja 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 Funktioniert und bestens Lass mich in Ruhe Komm schon, Ritter So, passt, wir brauchen ihn Ja Weil jetzt muss man nämlich noch schnell Was machen wir denn? Wo ist das? Statium Also Wo ist das? 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 Ähm, vorher Oh, das ist gut Ich hab nichts mehr gegeben Nein Nein Super Jetzt kann ich dann bloß das machen Ja, bringt mir halt alles nichts Auch das Arknit Aber ich krieg dann mehr Energie Aber da können wir uns noch abmachen Was machen wir denn? Critical, äh HP Charge Increase Maximum HP Critical Rate Rate bei 60% Frostbite Cure So, jetzt müsste man eigentlich seine Waffe bauen können Okay Okay, ähm Das ist immer Antic Feather Vielleicht bräuchten wir noch mehr vom Ingott Elektrik Elektrik Statium Statium Halt, ne, nicht Statium Er ist schon ein bisschen mehr Attack Charge Und mal Ingott Nope HP Da könnte ich noch mal die nächste wechseln Noch mehr Exquisite Works Workmanship Increased Critical Rate and Damage Okay Da müssen wir in die Richtung gehen Äh Oh, nee Ist das ein Scheißwitz, oder? Wo geht ich jetzt denn? Ah Is there a stone here? Das ist ja ätzend jetzt Oh, das ist doch Oh, das ist doch Oh, das ist doch Da auch äthero ist doch Da auch äthero ist doch Hm Oh, durch den Attack Charts geht es doch Oh, das ist doch Oh, das ist doch Oh, das ist doch Die Lektik Dies Addition Lightning Damage When attacking and grants a chance to inflight Paralyzes Das ist doch Oh, das ist doch Ja gut, dann sind wir jetzt mal zufrieden damit Ich bin nicht ganz hundertprozentig begeistert, aber passt schon Ähhmm Okay, 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 okay Dann gehen wir noch Was ist denn Central District? Den ist Workshop Nochmal kurzes Café Da können wir noch unsere Aufgaben abgeben Ähhmm Ähhmm Ich bin nicht mehr L dying Aber Das war ich ig Das war's Einmal if Äh, Double Magic Tote Piece. Fried Biscuit, Eisbomb, Mystical Hide. Ne, auf den Rest hab ich kein Bock. Äh, wo war denn jetzt das? Alba Manor, Rauchartisan District, Clara's Farming District. Ah, die Berüstung in dem Artisan District, glaub ich schon, ne? Lila? Wir haben viel Charging zu tun, aber ich habe nicht Zeit, ich bin sorry. Du stehst nur dort und schaust blöd. Hört auf mit eurer Scheiße, weil ich mich so beschäftigt. Kommt! Dev 3, 20. 2, Heramed. Ah, ich und mein, falsches Knopf gedrückt. So, du kriegst so ne Rüstung. Ich glaube, der kriegt ne Rüstung, man. Habt ihr eigentlich alle bloß solche Möntel, man? Das ist unser Schmiede-Boy. Schmieden, Schmieden, Schmieden. Was jetzt schon wieder? Hm? Das ist unser Schmiede-Boy. Could ich mich darum, die Möntel eines G pots verurscht? Herr, möchte ich mich über die Räune für die Räune für die Räune für die Räune für die Räune. Ich möchte über das Räune für die 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 Räune. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Angriff. Tag charge, high quality. Das ist jetzt nur das beste Zeug für Angriffe, aber wahrscheinlich ist es drauf. Warte, 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 äh, Sontieren, Verteidigung, warte, 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 w Das ist alles gut. Das ist ein guter Gefühl. Das ist... Oh nein, das ist echt großartig. Das ist großartig. Das ist nicht so schön, oder? Das ist nicht so schön, aber das ist so schön. Das ist so schön. Nein, das ist eine große Sache. Das ist nicht so schön. Ich habe nur noch nie gesehen. Ja, aber Vergnügen ist, dass du Korbel sehen, die Du Korbel sehen, wenn du Korbel sehen, wach 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 wach. Ja, Vergnügen zu sagen, ich habe die Gegenwart von mir nicht mehr als Grund. Was für mein Grund? Vergnügen der Gegenwart von mir? Wir haben die Gegenwart von eigentlichen Tag. Ich glaube, dass ich heute noch ein paar Mal in den nächsten Überschern bin. Oh ja! Was ist der Dänis-Schein? Ich glaube, ich glaube, es ist noch ein Koffer. Aber wenn ich jetzt noch ein paar Mal ein bisschen verändert, kann ich mich nicht sehen. Ich wollte mich über die Koffer der Koffer der Koffer der Koffer. Was ist ein Koffer? Ich glaube, es ist wichtig, dass ich mich für die Weltkirchen habe, wenn ich mich für die Weltkirchen habe, wenn ich mich für die Weltkirchen habe. Ich verstehe. Ich werde auch mit dem Motto unterstützen. Vielleicht kann ich nicht mehr so sein, aber ich werde mit den Räumen aus den Räumen zu finden. Ich werde mit den Räumen zu finden. Ich werde auch mit den Räumen zu gewinnen und den Räumen zu machen. Hallo. Guten Tag, ich kann nix deliveren. Was ist ein Nisch, oder? Okay, gehen wir! Okay, ich bin in den Ruinen, also ich werde nicht gehen. Was ist da? Kripport, was du nennen? Er hat einen Trägerhunter geschrieben. Er hat schon immer wieder geschrieben. Ich hatte auch einen Trägerhunter. Oh, der Trägerhunter ist der Trägerhunter. Was ist das? Oh, hat er auch興趣? Das ist die Frage. Du hast du hier? Ich bin da? Du bist wiederholfen? Ja? Ach so? Was ist das? Was sind Sie da? Ich muss auch nachdenken, aber... Ich bin der Fall, ich bin von mir ausgesprochen. Ich will das jetzt das Gefühl, Ich habe das Gefühl, dass du dich in deinem Augenblick verletzt hast. Ist das gut? Also, ich freue mich. Claudia, was machst du hier? Ja, ich bin ein bisschen. Ich bin einig. Ich bin einig. Ja, wenn du Zeit hast, kannst du dich aufhören? Ja, ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin ein sehr schwerer Arschluss. Oh, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Nein, ich glaube nicht, dass ich mich nicht daran denken. Als ich das erste Mal war, war es ein bisschen schwierig. Ich habe es schon schon gewohnt, und ich habe es auch noch gewohnt. Wie geht es das so? Ja, ich habe viele Dinge gemacht, aber ich glaube, das ist das. Vorher war es ein bisschen schwierig, aber es war sehr schwierig. Ist das alles okay? Ich glaube, ich habe es verletzt. Es war sehr gut. kutus g jaっぱり小さい頃からルベルトさんの仕事そばで見てたおかげだね とってもかっこいいと思うよ ありがとう ライザたちと離れてからの3年か 寂しくなる日もたくさんあったけど ライザにそう言ってもらえると頑張ってきてよかったなぁって思えるよ 長かったよねー こっちにいる間は遊ぶ時間いっぱい見つけて離れた時間取り返そう うん 楽しみにしてるね いいえ いいえ 出てくる Oh, ich muss mal schauen. Wo ist denn das? Äh... Hä? Da oben, links? Warte mal, wo ist denn die jetzt? Warte mal, wo ist denn die jetzt? Was ist denn da hochgliedert? Das ist wahrscheinlich gescheit, wenn ich außen rumlaufe. Aaaaaaah! Warte mal! 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 Nein, das wollte ich doch nicht. Warte mal! Kann ich jetzt da hinten tauchen? Wir müssen tauchen mal ausprobieren. Ah ja! Äh... Ich kann ihn nicht tauchen, was sollt der Scheiß? ... ... ... ... ... Wenn ich mich überraschend bin, dann wird sie sofort nötig. Eiii! Das ist vielleicht Liza. Das kann ich hier nicht tauchen, weil es hier schon so abschließend gemacht ist. Eiii! Da ist es. Hä? Rope? Rope? Das ist eine gute Waffe. Ich könnte es sehr gut für die Mäcke. Woher gehen wir? Hä? Blue Crystal Connect... Ah, es gibt wahrscheinlich noch ein extra Ding, ne? Oookay. Schweinerei. Hey, ist das nicht die andere? Oh, you're wrong, it's um... Oh, great, is everything okay? It's right, I'm so hungry, I can't move anymore. What, are you all right? Do you want me to get you something? Thank you for what mine. Good, got it. Deliver food. Quality over 40. Äh, was für food? Äh, äh, ja, äh. Ich hab doch kein Essen, was ich machen kann. Kann ich im Café was einkaufen? Ich hab ja gemischt. Machen wir in die Welt, was? Ich bin zu uns in附fen. Fiber, Mixing, Healing Chips, Honey, aber zählt Aschermilch als Zucker. Aber steht Honig als Essen? Drei Biscuit könnte man als Essen nehmen, aber ja. Ich hab keine Ahnung. Nektar wird wahrscheinlich auch nichts davon sein. Ähm, okay, da geht's nicht mal weiter, scheiße. So ein Scheese. Corkristallones, Corkristall Modification 1000. Etium Duplication. Oh, 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 warte, Etium Duplication soll ich mal machen. Ah, jetzt will ich mein Zeug verbrauchen. Zettel. Gunpowder Base. Energianica Rezept. Cocktail Lab. Was ist Cocktail Lab? Ich hab keine Ahnung. Okay, warte. Cocktail Lab. Ist doch nichts? hier oder? Ne. Der Cocktail-Lab. Berry-Syrupe. Wow. Nektar. Und sein Branch fehlt mir da. Äh. Okay. Water-Seeds, Stone-Seeds, Alchemy-Fiber, Gelatin-Powder. Haben wir noch nie gemacht, geht's weiter, ne? Ne? Mach mal High-Quality-Atenung mal. Hau mal rein! Was machen wir? Ne, ist einfach nur Puda. Das kann's wahrscheinlich nicht so... Doch da rechts oben ist das Symbol für Essen, oder? Ne, ist das Symbol für Zeug... Scheiße. Ist doch blöd. Äh, 1. Central District. Genau, können wir bei euch was kaufen. Ich habe keine Ahnung. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, da ist doch was zu essen. Das ist was zu essen. Qualität 40. Ach, leck mich. Okay, also ich müsste die Milch freischalten. Hast du doch ein Milchzelt als Essen? Hey, woher geht's? Okay. Wir wollen das. Usher Milk, hier, honey. Wo ist die Milch? Nektar Rock? Da ist es. Komm, nein. Ja, wir holen das. Oh! 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 Was? Ich gebe dir nur eins? Wow. Hm. Ist doch nicht so, als ob ich da nicht nur 5 brauche, ne? Ist doch nicht so, als ob ich da nicht nur 5 brauche, ne? Oh, da brauche ich auch wirklich Milch dazu. Ne, durch Honig. Ah, da müsste ich 40 und so brauche ich da bloß. Warte, dann kann ich es ja kaufen? Scheiße. Ich meine, jetzt habe ich es schon gebaut, aber das habe ich nicht gewusst. Ja, da. Da. Ich kann nur 3 kaufen. Da muss ich Milch kaufen. Das ist gut. Ja. Mal. Mal. Warum habt ihr bloß so und so viel in Stock, ihr Penner? Ja. Jetzt muss ich noch mal eins machen. Was? Ich muss mir echt mal, ich muss das echt Item verdoppeln, muss ich mir holen. Dann geht es viel einfacher. Äh, Ashram. Mal. 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 jetzt kann ich es machen jetzt aber da noch mal da müsste ich damit nicht zurücklaufen eigentlich wo es zusammengebrochen ist, oder? hä? äh, Rook? hä? du verarschst mich, ey, die ist da ja, ich guck